Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, ja, nun holen Sie ihn schon. Hören Sie, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden. Gehen Sie sofort zu Dr. Starrspiel und sagen Sie ihm Professor Dillis am Apparat. Wie heißen Sie? Wir sprechen uns doch. Unverschämtheit. Aber dem werde ich es zeigen. Der hat die längste Zeit für die Stiftung gearbeitet. Vielleicht hat er ja Anweisungen nicht zu verbinden. Bitte misch dich nicht in Sachen, von denen du nichts verstehst. Aber Mama hat recht. Und du halt dich da raus. Du musst deinen Senf ja nicht überall dazugeben. Wer hat die Katze in den Garten gelassen? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich die Tür nicht richtig zugemacht. Also das wirst du ja wohl noch können. Hör auf, so mit Mama zu reden. Hast du hier auch schon was zu sagen? Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, benimmst du dich anständig. Man weiß nicht, wer dich anständig benimmt. Halt den Mund, das ist besser für dich. Und dir sage ich es zum letzten Mal. Ich will nicht, dass die Katze im Garten ist. Sie tut den Vögeln nicht. Ich will es nicht, du hast es gehört. Und damit passt er. Rolf? Die hat angerufen. Hat einen Unfall gehabt. Ich wollte den Wagen holen und ihn in die Werkstatt bringen. Wo steht der? Ich fass mal in die Tasche, ich hab's aufgeschrieben. Ist ihm was passiert? Nee, Unkraut vergeht nicht. Triff immer die Falsche. Was ist ein Schild? Ach, ein Ersatz für den guten alten Professor. Hoffmann zu finden, ist nicht so einfach. Hoffentlich wird Dr. Westphal unser neuer Chef. Was suchen wir, Herr Stiering? Einen Arzt oder einen Krankenhausdirektor? Einen Arzt, der gleichzeitig Verwaltungsfachmann ist. Und das ist ohne Zweifel Professor Diehl. Das ist Ihre Meinung. Ist das wirklich Ihre Überzeugung? Obwohl Sie den Bericht von Dr. Reimann gehört haben? Ach, wissen Sie, es gibt überall Intriganten. Jeder hat einen Freund, den er hochheben will und der ihn dann später nachziehen soll. Aber die Beschwerden von Dr. Reimann sind absolut fundiert. Sie sind irrelevant, Herr Stiering. Eine kleinliche Auflistung von Fehlern, wie Sie in jedem Krankenhaus vorkommen. Lautstärke beweist gar nichts. Mir scheint, wir sind an einem toten Punkt angelangt. Stimmen wir ab. Wer ist für Professor Diehl? Eins, zwei, drei. Und wer für Oberarzt Dr. Westphal? Eins, zwei, drei, vier. Drei zu viel. Ich enthalte mich der Stimme. Schreiben Sie bitte. Auch im zweiten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die erforderliche Zweidrittelmehrheit auf sich vereinigen. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie sind bei Dr. Westphal in den besten Händen. Und ich sorge dafür, dass Sie schön träumen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt es denn, Dr. Ram? Ich habe der Patientin gerade erklärt, dass Sie vor der Operation das Formular unterschreiben müssen. Operation? Kommen Sie bitte mit. Machen Sie so lange weiter. Ich bin gleich zurück. Hören Sie, über meine Patienten verfüge ich immer noch selbst. Auf keinen Fall, aber wir schicken etwas hinter der Brücke. Ich dachte, Sie haben ihn in Westphal gesprochen. Das habe ich auch. Ich habe Ihnen gesagt, kein Stahl. Erstmal versuche ich es medikamentös. Ich glaube nicht, dass Sie die Steine so wegkriegen. Was Sie glauben oder nicht glauben, ist mir egal. Aber ich erwarte von Ihnen Loyalität, Dr. Ram. Es wäre nett, wenn Sie das merken. Herr Professor, ich bin nur Anästhesist. Besprechen Sie das als Dr. Westphal. Das wäre ich auch. Ich rufe ihn an. Und zwar sofort. Ärger dich nicht. Wir werden ihn überstehen. Wir können doch nicht ernst nehmen. Ja, aber man darf sich nicht alles bitten. Ach, du weißt doch, Herr Insta. Glaubt das, der liebe Gott. Vergiss es. Und freue dich lieber auf heute Abend. Ich freue mich sehr. So bin ich nicht. Ah, Herr Kollege. Sie wollten mich sprechen? Ja. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Bitte. Wie Sie sicherlich wissen, hat man mich zum Chef dieses Hauses bestellt. Ja, kommissarisch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Auch wenn es nicht ehrlich gemeint ist. Aber Ehrlichkeit ist ja sowieso keine Ihrer bevorzugten Eigenschaften. Wie darf ich das verstehen? Genau so, wie ich es sage. Sie sind unaufrichtig, illoyal und Sie intrigieren. Ich darf wohl gehen. Warten Sie doch noch einen Augenblick. Wir wollen doch in Ruhe darüber reden. Mir scheint, dass Sie sich besonders an den Begriff Intrige stoßen. Wie nennen Sie es, wenn Sie mich hinter meinem Rücken bei einem Kurator der Stiftung verleumden? Ich habe Sie nicht verleumdet. Man hat nämlich gebeten, dem Kuratorium meine Bedenken vorzutragen. Wer hat Sie gebeten? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Womit wir an dem Punkt Illoyalität angekommen werden. Wie sehen Sie es anders? Es ist Ihr gutes Recht. Aber mein Recht ist es, dass ich so einen Mann nicht das Mitarbeiter akzeptieren muss. Was wollen Sie tun? Sich heraufschmeißen? Kann ich leider nicht. Aus arbeitsrechtlichen Gründen. Ich kann Sie aber entsprechend den Satzungen der Stiftung versetzen. In unsere Schwesterklinik im Bayerischen Wald. In dieses gut verlassene Kaff. Sie werden sich schon eingewöhnen. Und wenn ich es ablehne? Dann allerdings kann ich es entlassen. Fristlos. Ich bin sicher, der Bayerische Wald wird in den Gefallen. Das ist ja landschaftlich wunderschön. Findest du nicht, dass du alles ein bisschen übereilst? Das finde ich nicht, Marianne. Wenn ich nichts unternehme, sitze ich Ende des Monats in diesem Kaff. Im Bayerischen Wald. Muss ich die Füchse gute Nacht sagen? Du weißt, was das bedeutet, wenn du jetzt weggehst. Unsere gemeinsame Zukunft des Kindes, das wir mal haben wollten. Alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Das ist doch Quatsch, was du da redest. Uns schafft dir nicht. Hast du selber gesagt. Guten Abend, Herr Professor. Ah, stell dir. Na, haben Sie was gefunden? Ja. In Ihrer Garage ist ein großer Fleck. Wie? Bremsflüssigkeit, so viel ich feststellen konnte. Dass etwas leckt, das verstehe ich ja. Aber dass alles gleich ausrauscht. So was geht schnell, wenn eine Dichtung kaputt ist. Oder wenn man nachhilft. Ich bin nur Fahrer und kein Mechaniker, aber sowas halte ich für unmöglich. Also, Stelzer, sprechen Sie doch mal mit der Werkstatt. Ja, mache ich gleich morgen früh. Soll ich Sie jetzt nach Hause bringen? Nein, nein, danke, Stelzer. Ich fahre heute selbst. Bitte. Schönen Abend, Herr Professor. Danke. Ach, Herr Stelzer. Herr Professor. Morgen kriegen Sie Ihren Vertrag. Jetzt kann ich's machen, als Chef. Ach, das ist ja toll. Gratuliere ich schon. Danke. Also, dann fahre ich ab jetzt nur noch Sie. Richtig. Und, Dr. Westphal. In Zukunft möchte ich wissen, wohin er fährt, mit wem er fährt und was während der Fahrt gesprochen wird. Das ist wichtig. Für das Krankenhaus und damit für uns alle. Das versteht Sie doch, oder? Ja, ja, natürlich. Also, halten Sie Augen und Ohren offen. Ja. Ach, und vergessen Sie nicht, morgen Ihren Vertrag abzuholen. Nein, nein, bestimmt nicht. Schönen Abend, Herr Professor. Danke. Vielen Dank. Machen wir uns nichts vor, Wolf. Solange Steling im Kuratorium sitzt, bringen wir dich nicht durch. Also, eine hundertprozentige Breite. Nein, nicht ganz. Bis zur endgültigen Besetzung der Planstelle bist du kommissarischer Leiter des Krankenhauses. Das ist auch schon was. Das ist eine ganze Menge. Du bist in Praxis der Chef und hast alle Rechte eines ordentlich bestallten Krankenhausdirektors. Und vergiss nicht. Und vergiss nicht. Kommt Zeit, kommt Rat. Oder besser, geht Steling, kommst du. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Schmiererei mal irgendjemandem zeigen muss. Kannst mir glauben, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Was ist das? Das ist eine Art Tagebuch. Als Diel immer mehr Fehler gemacht hat, Fehler, die nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Klinik gefährlich waren, da habe ich Buch geführt. Als Selbstschutz, verstehst du? Ich verstehe vor allem, dass du dich dabei ganz schön mies fühlst. Du warst gut reden. Was glaubst du denn, was passiert, wenn Diel die Klinik in die Finger kriegt? Kommt ein halbes Jahr und die machen uns den Laden dicht. Er kann doch nicht alle seine Fehler beerdigen. Dafür sehen zu viele Augen genau hin. Es sind aber nicht nur medizinische Fehler, die du da notiert hast. Nein. Auch charakterlich. Das ist besonders schlimm bei jemandem, der über so ein Apparat verfügen kann. Die Frauengeschichten, ich meine... Musste das sein? Ja. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Diel darf nicht die Leitung des Hauses kriegen, nur weil er das richtige Parteibuch hat. Das wäre eine Katastrophe. Und was soll ich also tun? Sprich mit Stahlschmidt. Heute noch. Soll ich ihm das Buch geben? Nein, nein. Nur zeigen. Erzähl ihm, was drinsteht. Vielleicht bekommt er hier Angst vor einem Skandal. Ich will es nicht dramatisieren, aber in dem Tagebuch steckt eine Menge Sprengstoff, Herr Dr. Stahlschmidt. Guten Tag. Guten Tag. Es kann gefährlich sein, besonders für die Stiftung. Und ganz besonders für Professor Dr. Diehl. Ja, es ist sozusagen sein Buch. Darf ich es haben? Nein, das bin ich leider nicht ermächtigt. Aber Sie können mir glauben. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, steht drin. Und noch einiges mehr. Ich werde so bald wie möglich mit Professor Diehl darüber sprechen. Aber bis dahin kein Wort an die Öffentlichkeit. Kann ich mich darauf lassen? Ja, das Buch ist in meinem Besitz. Da kommt niemand an. Da bin ich ja beruhigt. Stellen Sie sich vor, das Buch gerät in falsche Hände. Vielleicht kann sowas zu einem Erpressungsversuch benutzt werden. Ja, da haben Sie recht. Man kann gar nicht vorsichtig genutzt haben. Sie hören von mir. Ich telefoniere noch heute mit Ihnen. Wiedersehen. Gute Erholung. Na, Hartmut, was machst du denn für Sachen? Eigentlich wollte ich ja bis morgen warten, weil ich dir den Nachtarief nicht so recht gönne. Ich weiß gar nicht, was du willst. Er ist doch wie immer boshaft und geizig. Ja, ja, ich kenne ihn. Alles Theater hat wirklich stark geschmeckt. Ach was, ich habe mich verhoben, das ist alles. Ja, ja, dann bin ich schon mal da, dann kann ich mir das auch ansehen. Ja, wo tut es denn weh, ne? Oh, verdammt, verdammt, mal, pass doch auf. Huste mal. Wie ist denn das denn? Ich kann ihn nicht zurückdrücken, Hartmut. Ich muss dich operieren. Was? Ja, eigentlich noch heute, aber ich glaube, wir können bis morgen früh warten. Ach, das ist doch unmöglich. Ich habe mir etwas verhoben, wie das jedem mal passieren kann. Bei sowas muss man doch nicht kleines Messer. Doch, gleich morgen früh als erster. Das ist nicht ungefährlich, Hartmut. Du hast einen eingeklemmten Bruch. Gehirn amputiert, nenne ich sowas. Das ist erst der Anfang, Herr Doktor. Keine vier Wochen und wir haben Chaos hier. Schlimmer kannst du gar nicht mehr denken. Tut mir leid, Herr Kollege, ich erfahre gerade, dass Dr. Reimann Sie im Stich gelassen hat. Im Stich gelassen? Sie haben ihn doch gefeuert. Nicht gefeuert, versetzt. Zum nächstmöglichen Termin. Ab sofort. Das werde ich ja wohl besser wissen. Sie haben gesagt, Sie wollen ihn hier nie wiedersehen. Ach, reden Sie doch keine Quatsch. Rufen Sie lieber Dr. Reimann an, sagen Sie mir, es soll sofort herkommen. Dr. Reimann ist nicht da, er ist gestern Nacht noch weggenommen. So, und nun? In einer halben Stunde wird operiert. Ohne Anästhesist? Das mache ich. Sie? Sie haben sich doch sehr genau über mich informiert, Herr Kollege. Es scheint aber Ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu sein, dass ich sieben Jahre als Anästhesist im Bethesda Krankenhaus gearbeitet habe. Wie gesagt, in einer halben Stunde. Flacher Puls. Wird langsamer. Das höre ich selbst. Was ist los? Was machen Sie denn? Mehr Sauerstoff! Er kriegt schon alles, was ich hab! Verdammt noch mal, was geht hier vor? Die Pupillen sind weit. Wir brauchen Sauerstoff. Mensch, drehen Sie auf! Hab ich ja! Hier, bis zum Anschlag! Herzstuhlstück! Adrenalin! Und Herr Kaldar! Los, 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 los! Was haben Sie auf Heining gekriegt? Sind Sie wahnsinnig! Wie können Sie so etwas sagen? Die Narkose hat ihn umgebracht. Sehen Sie sich den Mann doch an. Was darf auf uns hinaus? Sie wollen das auf mich abschieben? Ich möchte gerne wissen, wie so ein gesunder Mann wie Stehling bei einem Routineeingriff exkält. Genau das will ich auch wissen. Dann sind wir uns ja ausnahmsweise einig. Rufen Sie die Polizei. Nein, ich bleibe hier. Ich pass auf, dass niemand etwas berührt. Nichts darf verändert werden. Na? Können Sie mich schon ein bisschen schlau machen? Ja, sogar sehr. Der graue Schlauch ist Lachgas. Der blaue Sauerstoff. So sollte es jedenfalls sein. Die beiden sind vertauscht worden. Blau auf grau und grau auf blau. Und das ist natürlich tödlich. Ein Versehen? Versehen? Unmöglich. Um die Schläuche zu vertauschen, muss man die Anschlussstutze abschneiden. Und das geht nur mit Absicht. Kommen Sie bitte mal. Ich brauche eine Aufnahme hier von den Stittstellen. Das heißt also, er hat es statt Sauerstoff Lachgas bekommen? Tja, so ist es. Und das hat er nicht ausgehalten. Danke. Ja, so kann es natürlich auch ausdrücken. Waren Sie mit ihm befreundet? Ja. Und Professor Diel? Was? Waren die auch befreundet? Bestimmt nicht. Herr Stelling mochte ihn nicht. Trotzdem wurde Professor Diel zum Chef dieses Hauses ernannt. Ja, gegen Stelings Willen. Er hat dagegen gestimmt. Deshalb ist es der Diel ja auch nur kommissarisch geworden. Das heißt, Professor Diel hätte bei der nächsten Wahl abgewählt werden können? Ja, das wäre durchaus drin gewesen, wenn der Stelling noch leben würde. Wann fand das Gespräch mit dem Anästhesisten statt? Ich glaube, Dr. Reimann heißt er. Gestern. Aber da wusste noch keiner, dass Herr Stelling operiert werden muss. Und warum betonen Sie das so besonders? Falls Sie auf den Gedanken kommen sollten, ich hätte Reimann versetzt, um die Anästhesie zu übernehmen. Ich war erstaunt, dass der Chef selbst die Narkose macht. Ich glaube, es waren wir alle. Und nachdem Sie das erfahren haben, was haben Sie da gemacht? Mich auf die Operation vorbereitet. Die ganze Zeit bis zur Operation? Ja, wie immer. Waren Sie in dieser Zeit mal allein im OP? Im OP? Allein? Ja. Und zwar nachdem Sie wussten, dass Professor Diel die Narkose macht. Nein, keine Sekunde. Wann ich nicht. Dankeschön. Westphal und Diel, die gönnen sich doch gegenseitig das Schwarze unterm Fingernagel nicht. Können Sie doch nicht ausstehen. Beide wollten Sie den Chef posten. Also haben Sie beide ein handfestes Motiv in Mors. Nee, danke, der macht mich. Na, dann nimm du's. Aber nicht nur die. Danke. Mindestens 20 Männer von den Frauen, die in der Klinik arbeiten. Die haben auch eins. Die würden Diel mal gerne zeigen, wo Bartel den Most holt. Ja, im OP, da sind zwei Schwestern, die sind sauer auf ihn. Die eine, weil er sie erst beglückt und dann abgeschoben hat. Und die andere, weil er ihr noch nie auf die Idee gekommen ist. Der Anästhesieassistent Theo Klein heißt er. Die hat eine hübsche Frau, die arbeitet im Labor von der Klinik. Es würde mich wundern, wenn der keins hätte. Na, dann kling dich doch mal bei ihm ein. Ja, mach ich. Was ist denn eigentlich mit dem Anästhesisten, den der Diel versetzt hat? Dr. Reimann? Was soll mit dem sein? Das war doch so eine Art Rausschloss. Wie wär's, wenn der dem Diel vor dem Abgang ein faules Ei ins Nest gelegt hat? Ich meine, der Diel ist doch für den ganzen Laden verantwortlich. Erst recht doch, wenn bei einer Operation einer drauf geht. Sag mal, das würde ja bedeuten, dass Stehlingen den Löffel Zufälligkeit abgeben müssen. Ja, ist auch nur eine Hypothese. Trotzdem sollten wir uns auch darum kümmern. Woher hörst du das Buch? Aus dem Schreibtisch. Es lag zwischen den Papieren von meinem Vater. Obst du das Buch dein Vater schon mal irgendjemandem gezeigt hat? Ich weiß nicht. Wenn Stahlschmidt davon weiß, dann weißt du, mein Vater auch. Dein Vater hat gewusst, dass er erledigt ist, wenn die Aufzeichnungen veröffentlicht werden. Ja, ja, das muss ihm klar gewesen sein. Mhm, vor der Operation. Aber das kann ihm natürlich niemand beweisen. Du wirst sehen, das läuft auch diesmal genauso wie immer. Stahlschmidt paukt ihn raus und kein Mensch spricht mehr davon. Mhm. Diesmal geht es nicht wie immer. Diesmal nicht. Guten Tag, Herr Professor Dehle. Was wollen Sie in der Hausdurchsuchung? Wo dürfen wir anfangen? Das ist mir egal. Am besten oben in Ihrem Zimmer. Komm hier aus. Bitte, Ingrid, für die Herren noch. Natürlich. Meine Herren, kommen Sie bitte. Bitte, gehen Sie ruhig. Wie kommen Sie darauf, dass ich Aufzeichnungen besitze, die mir nicht gehören? Wir haben einen Hinweis bekommen. Einen Hinweis? Ja. Von einer Frau. In der Kassette. Ja. Anonym. Vielleicht könnte ich die mal hören. Vielleicht erkenne ich die Stimme. Das Band wurde bereits bearbeitet. Da hat selbst unser Sonograf versagt. Trotzdem, ich könnte es ja mal versuchen. Bitte auch. Sollte mich nicht wundern, wenn die Stimme einer Frau gehört, die in diesem Haus lebt. Kalle, kommen Sie mal. Bitte, Mann. Das war hinter einem Relief versteckt. Mhm. Das ist ja eine Schweinerei. Das ist ja nicht... ganz miese Intrige. So. Wie kommt das Buch hierher? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab hier gar nichts von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst. Das ist nicht wahr. Dr. Stahlschmidt hat Ihnen davon erzählt. Hat er nicht. Wir haben seine Aussage. Er hat Sie außerdem gefragt, ob Sie von Ihrer Kandidatur zurücktreten wollen. Wie soll ich denn an dieses Buch gekommen sein? Na, glauben Sie vielleicht, ich breche ein? Meine Kollegen haben auch diesen Schlüssel bei Ihnen gefunden. Diesen Schlüssel kenne ich gar nicht. Moment mal. Das ist ja meiner. Nicht so stürmisch. Lass mich am Leben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du wieder da bist. Gehen wir? Ja. Dann gib mir deine Tasche. So weit kommt es noch. Du musst mir alles erzählen. Ich bin gespannt wie ein Flieger. Jetzt hab ich jetzt hier wieder alles. Ich geb's auf, es hat keinen Zweck. Ich kann ja sagen, was Sie will. Sie glauben mir ja doch nicht. Für Sie, für Sie ist die Sache klar, absolut schlüssig. Ich, ich hab von den Aufzeichnungen gewusst, also musste ich Stehling ausschalten. Ja, wenn Sie Chef werden wollten, war das die einzige Möglichkeit. Eine Veröffentlichung des Buches hätten Sie nicht überstanden. Es ist ein Komplott. Aber keiner glaubt mir. Wer, 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 das weiß ich nicht, irgendwer. Bin jetzt auch überzeugt, dass mein Autounfall ein Attentat war. Was denn für ein Autounfall? Musste man den Wagen gegen eine Baustelle lecken. Wieso mussten Sie? Die Bremsflüssigkeit war ausgelaufen. Die Bremsen haben nicht gegriffen. Wer hat denn das festgestellt? Mein Fahrer. Er hat den Wagen in der Werkstatt untersuchen lassen, mir dann Bericht erstattet. Wie heißt der Mann? Rudistelzer. Rufen Sie ihn an, er soll herkommen, und zwar sofort. Das war eine ganz normale Inspektion. Ich habe dann den Wagen abgeholt und in die Garage von Herrn Professor Diehl gestellt. Und da war noch alles in Ordnung? Ja, also ich habe nichts bemerkt. Am nächsten Tag ist es ja dann passiert. Ja, der Herr Professor musste seinen Wagen in eine Baustelle setzen. Ja, er hat eine Menge Satt gehabt, also eine ganz böse Geschichte. Was war denn die Ursache des Unfalls? Die Bremsen haben versagt. Ah, also die Bremsflüssigkeit war ausgelaufen. Dass die Bremsflüssigkeit ausläuft, bis zum letzten Tropfen, erscheint mir doch ein bisschen sonderbar. Ne, ich bin Fahrer, kein Mechaniker. Was hat denn die Werkstatt dazu gesagt? Pech, sowas kann passieren. Herr Professor. Kommen Sie bitte. Herr Professor, haben Sie alles verledigt, wie ich es gesagt habe? Ja, ich habe alles mitgebracht. Alles, was Sie wollten, den Kulturbeutel, habe ich auch mal aufgelegt. Und hier, die Schlüssel. Oder soll ich die lieber Ihrer Frau geben? Nein, nein. Geben Sie die Schlüssel ruhig dem Professor. Die Tasche können Sie auch wieder mitnehmen. Heißt das? Sie können gehen. Sie wissen also, dass ich es nicht war. Ich weiß nur, dass unsere Beweise nicht ausreichen, um Sie hier zu behalten. Schönen Abend noch, Herr Professor. Guten Abend. Der Hinweis ist mir zu genau. Das Versteck, der Schlüssel, die Informationen, das Deal von den Aufzeichnungen schon vor der Operation erfahren hat, alles sehr dick. Wie sieht es aus? Nur ein Streifschuss. Glück im Unglück. Na, was sagen Sie jetzt? Es ist doch wohl endgültig der Beweis erbracht, dass die mich fertig machen wollen. Scheint so. Danke. Scheint so, scheint so. Was wollen Sie denn noch? Sagen Sie, der Waffenschrank im Arbeitszimmer, der gehört doch Ihnen, oder? Ja, wem denn sonst? Meine Frau bestimmt nicht. Warum? Da fehlt eine Pistole. Ach. Nun bleiben Sie bloß sitzen, sonst passiert noch was. Das geht schon, das ist ja nur ein Kratzer. Ist es möglich, dass die Pistole schon länger verschwunden? Waren Sie es nur nicht bemerkt haben? Nein. Ich habe gestern auf eine streunende Katze geschossen. Da habe ich die 08 noch gesehen. Ja, aber der Schrank ist nicht beschädigt und abgeschlossen bei Haare noch. Hier, für alle Fälle. Vielen Dank. Es kann eigentlich nur jemand aus dem Haus gewesen sein. Haben Sie Hausangestellte? Nein. Du kommst gerade richtig. Wo ist die Pistole? Was für eine Pistole? Fahrt das 08. Die ganze Zeit hat sie da gehandelt. Jahrelang. Und auf einmal ist sie weg. Ich habe sie nicht. Du weißt ja, dass ich die Dinger nicht anfasse. Auch dann nicht, wenn du auf mich losballern kannst. Da hören Sie es. Das ist ein Umgangs-Ton mit mir. Ein schönes Früchchen, das. Kommen Sie, Herr Diehl. Wo waren Sie heute Nacht? Ich habe meine Mutter nach Uelzen gebracht. Aha. Um fünf. Jetzt ist es kurz nach Bitterdacht. Wieso hat das so lange gedauert? Ich habe sie hingebracht. Bin eine halbe Stunde bei meiner Tante geblieben und wieder zurückgefahren. Direkt zu meiner Freundin. Fragen Sie sie doch. Das tun wir auch. Ihre Jacke hätte ich gern. Danke. Kommen Sie ruhig rein, Stötzer. Guten Morgen. Herr Professor. Guten Morgen. Was ist denn mit Ihrem Arm? Man hat heute Nacht auf mich geschossen. Was? Du nicht mein Himmel. Ist es schlimm? Es könnte schlimmer sein. Sie sehen ja furchtbar aus, Herr Professor. Sie gehören ins Bett. Ja, ich bin ganz schön wackelig auf dem Bein. Am besten, ich lege mich gleich hin. Aber die Dienstpläne müssen raus. Moment, ich muss sie mit ihm. Aber ich bitte Sie, das kann ich doch mal entschuldigen. Wo sind Sie? Oben in meinem Zimmer. In meiner Tasche. Sie werden sie schon finden. Bin gleich wieder da. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Hoffentlich wird das bald aufgeklärt. Das macht einen direkt krank. Also diese unsichtbare Gefahr. Wiedersehen, Herr Professor. Wiedersehen, Stötzer. Alles richtig, was du sagst, Kalle. Aber es gibt ja nicht nur die eine Möglichkeit. Ja, dann sagt mir eine andere. Der Schrank war verschlossen. Das Schloss war nicht aufgebrochen, aber die 08 war weg. Wie soll das gehen? Das kann nur jemand aus dem Haus gewesen sein. Jemand anders kommt doch gar nicht an den Schlüssel ran. Sagst du mal jemand aus dem Haus, warum sagst du nicht gleich Walter Diel? Also sag uns gleich Walter Diel. Der hat übrigens sein Motiv. Er hasst seinen Vater wie die Pest. Das war nicht zu übersehen. Aber wie bringt ihr den in Verbindung mit dem Mord an Stählingen? Ich meine, Walter Diel kommt doch gar nicht in die Klinik rein. Vielleicht haben wir es hier überhaupt mit zwei Menschen zu tun. Mit zwei Tätern. Vielleicht ist der Junge durch den Mord an Stählingen überhaupt erst auf die Idee gekommen, seinen Vater zu beseitigen. Erstens mit dem Tagebuch, zweitens mit der 08. Tagebuch Walter Diel? Das passt doch zusammen. Sehr gut sogar. Wir müssen sein Alibi überprüfen. Tommy, geh mal zu seiner Freundin und stell fest, wann er gestern Abend zu ihr gekommen ist. Zur Tochter von Stählingen? Ja. Nachricht. Der fährt ein Motorrad, das so ein Höllenlärm macht. Freuen sich die Nachbarn abends ganz besonders. Kram mal ein bisschen im Vorleben von Professor Diel rum. Vielleicht gibt es da einen Hinweis, eine Spur oder ein Motiv. Es kann ja sein, dass wir am völlig falschen Ort kamen. In Ordnung. Wir müssen jetzt die 08 finden. Ich habe gestern Nacht Walter Diel ins Zimmer durchsucht. Fehlanzeige. Ja? Verzeihung, ich wurde eigentlich zu Dr. Reimer. Kommen Sie herein? Herr Dr. Reimer, guten Morgen. Kirchhoff Kriminalpolizei. Ich bin erst gestern zurückgekommen. Woher wissen Sie, dass ich da bin? Ja, Frau Dr. DuBall hat im Krankenhaus mitgeteilt, dass Sie ab heute wieder im Lande sind. Falls Westfald dich braucht. Das muss doch Diel entscheiden, oder? Ich glaube nicht, dass er jetzt noch was dagegen hat. Darf ich mich setzen? Bitte. Natürlich. Herr Dr. Reimer, ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Kaffee? Oh ja, danke schön. Wann haben Sie Hamburg verlassen? Einen Tag vor der Operation. Und dann haben Sie den Abendzug genommen? Ja. Ja. Am nächsten Morgen hat mich Dr. DuBall in München erschöpfen und von dem schrecklichen Unfall erzählt. Mord, Herr Dr. Reimer. Einen Tag vor der Operation haben Sie das Krankenhaus verlassen. Wann war das etwa? Gegen Mittag. Und Sie sind nicht wieder zurückgekommen? Am Abend? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich schon. Könnte doch sein, dass du dich an dir rächen wolltest. Du kommst heimlich zurück und vertauschst die Schläuche. Dr. Reimer war bis zu seiner Abreise hier. Das kann ich bezeugen. Ich selbst habe ihn zur Bahn gebracht. Und dann haben Sie gewartet, bis der Zug abgefahren ist? So ist es. Bis zur letzten Sekunde. Sie sind auf dem falschen Dampfer. Ja. Scheint so. Haben Sie das hier geschrieben? Ja. Warum? Um die Patienten vor einem unfragbaren Arzt zu schützen. Wahrscheinlich auch, um zu verhindern, dass Professor Diehl Chef von diesem Haus hier wird. Ja, das ist richtig. Auch das im Interesse der Patienten. Sagen Sie, Dr. Westphal, wie war das? Professor Diehl kam und sagte, dass die Operation stattfindet. Ja, dass er die Narkose selbst machen durfte. Und wie lange dauerte das dann noch bis zur Operation? Halbe Stunde vielleicht. Was haben Sie denn bei dieser Zeit gemacht? Wenn ich auf die Operation vorbereite, was denn sonst? Waren Sie zeitweilig allein im OP? Das weiß ich nicht. Also mein Gott, Sie stellen vielleicht Fragen. Nicht schon möglich, dass ich alleine war. Das heißt, nein, ich war mit Dr. Diehl im OP. Ach, die ganze Zeit? Ich war einmal kurz draußen, um dem Patienten die zweite Spritze zu geben. Was meinen Sie, wie lange braucht man, um diese Schläuche da auszutauschen? Ja, das weiß ich doch nicht. Das müssen Sie doch da reinmachen, Frau Halbe. Um neun waren wir verabredet. Und um neun war er auch hier. Er ist immer pünktlich. Diesmal war er aber nicht pünktlich. Das werde ich ja wohl wissen. Es war neun. Ich habe doch noch zur Uhr gesehen. Ja, dann brauchen Sie aber eine neue Uhr. Ihre geht nämlich dann nach, so circa um zwei Stunden. Walter Diehl ist erst nach elf gekommen. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Schließlich hätte er die halbe Gegend hier wachgemacht mit seinem Feuerstuhl. Es waren nach elf. Und drei Ihrer Nachbarn können das sogar beschwören. Und ich kann beschwören, dass es früher war. Frau Lein, Stehling. Wissen Sie eigentlich, worauf Sie sich da einlassen? Ich sage nur die Wahrheit. Nein, das tun Sie eben nicht. Und damit machen Sie sich mitschuldig. Es geht hier immerhin um einen Mordanschlag. Haben Sie mich verstanden, Fräulein Stehling, um einen Mordanschlag? Mit dem Walter nichts zu tun hat. Er war es nicht. Er war hier bei mir. Fräulein Stehling, wissen Sie, was Beihilfe ist? Dafür wird man eingesperrt. Da sitzt man ein mit anderen asozialen Typen. Mit Nutten, mit Diebinnen, mit halbverrückten Kriminellen, die einen nicht in Ruhe lassen. Das halten Sie keine vier Wochen aus. Ich habe doch nichts verbrochen. Sie sind aber auf dem besten Wege dazu. Also wirklich, ich kann Ihren Freund nicht verstehen. Wie kann er Sie in so eine Sache reindaufen lassen und dann noch sagen, dass er Sie liebt? Und er muss sich doch über die Folgen im Klaren sein. Kommen Sie. Machen Sie sich nicht unglücklich. Okay. Sagen Sie mir, wann er gekommen ist. Etwas nach L. Nach L. So. Das war der erste Schritt. Jetzt machen Sie auch noch den zweiten. Guten Tag, Herr Professor Beihil. Sie sind schon wieder da. Diesmal wegen Ihres Sohnes. Da können Sie suchen, wie Sie schwarz sind. Hier finden Sie nichts. Warten wir es ab. Meine Herren. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding hierher kommt. Tatsache ist, dass es eine 08, die 08, die wir suchen. Und die war hier versteckt, in Ihrem Zimmer. Ich habe ja gesagt, der hat sie. Ich habe es doch gewusst. So ein Verbrecher schießt auf seinen eigenen Vater. Aber du bringst mich nicht um. Du nicht. Vorher schlage ich dich tot. Hey, hören Sie auf. Erwin. Hey, hören Sie auf. Erwin, bringen Sie ihn runter. Du Verbrecher, du kriegst schon noch. Ich habe es aber genug. Lass jetzt. Ich habe es aber genug. Hören Sie nicht ein. Lass jetzt. Lass dich ja nicht wieder sehen. Niediger. Du Verbrecher. Kommen Sie, Herr Diehl. Sie gehen jetzt am besten mit mir. Ich war es nicht. Ich habe nicht auf ihn geschossen. Herr Diehl, jetzt erzählen Sie mir bitte nicht alles das, was Sie nicht gemacht haben. Das ist mit dem Tagebuch, das geht auf meinen Konto. Aha. Ich wollte den Alten weghaben. Er hat meine Mutter wie Dreck behandelt. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Und da haben Sie ihm das Tagebuch runtergejubelt und uns den Tipp gegeben. Ja, aber das habe ich gemacht. Loni hat damit nichts zu tun. Ja, aber immerhin hat sie die Kassette besprochen. Weil ich sie überredet habe. Sie wollte es nicht. Ich habe sie unter Druck gesetzt. Na schön, das können wir ja alles später noch klären. Aber Sie sind gestern erst kurz nach 23 Uhr bei ihr erschienen. Das heißt, eine halbe Stunde nach dem Schuss. Wieso? Ich hatte mir einen Wagen geliehen. Eine furchtbare Kiste. Ich bin ständig stehen geblieben. Ich habe dreimal so viel Zeit gebraucht. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich weiß es nicht. Aus Angst, glaube ich. So ist doch genau dasselbe wie mit der Pistole. Sie haben sie in meinem Zimmer gefunden und glauben jetzt, dass ich es war. Tatsache 1 ist, aus dieser 08 ist geschossen worden. Tatsache 2 ist, irgendwann muss sie ja irgendwie unter ihren Synthesizer geraten sein. An dem Abend, als es mit meinem Vater passiert ist, haben Sie mein Zimmer doch schon mal durchsucht. Und Sie haben nichts gefunden. Das ist richtig. Und plötzlich ist sie da. So sonderbar, oder? Dir hat doch jemand dahin gelegt, um mich zu verdächtigen. Oder Sie haben die 08 unter dem Synthesizer versteckt, weil Sie meinten, das Zimmer sei ja schon durchsucht. Dicke, kann ich dich noch... Nein, ich habe das Ding nicht angefasst. Herr Diehl, wir werden heute Abend ein Protokoll schreiben. Bis dahin wissen wir auch, ob an Ihrer Motorradluft Schmauchspuren von dem Schuss haften. Und bis dahin haben Sie Zeit, sich die ganze Sache noch einmal ganz gründlich zu überlegen. Danke. Ich habe eure Protokolle durchgelesen. Ja, ist was? Ja. Und zwar bei mir hat diese Dr. Duval ausgesagt, dass Sie nie alleine im OP waren. Ein Dr. Westphal sagt aber aus, er hätte Sie alleine im OP zurückgelassen. Ah. So sonderbar zu geben. Ich glaube, Es ist Zeit für unseren Test. Der Schnellste. Schneller als alle anderen. Wirklich? Ja. Sie sind der Schnellste und Dr. Duval die Langsamste. Dr. Duval? Ja, sogar mit Abstand. Wundert Sie das? Eigentlich ja, aber die hat doch auch Dr. Reimann geholfen. Ich dachte, sie ist die Schnellste. Frau Dr. Duval. Und Herr Dr. Reimann. Ist das eine feste Sache? So fest, dass es Deal auf die Palme gebracht hat. Wieso denn Deal? Der wollte mit dir was anfangen. Aber da konnte er nicht lang. Die hat nur Augen für Reimann. Oder wie Deal sagt, sie ist die Möhre. Ja, ich bin nach München gefahren, um mich nach einer Stellung zu sehen. Und wären Sie in München geblieben, wenn Sie etwas gefunden hätten? Sofort. Und Dr. Duval, wie hat Sie das gesehen? Ich meine, so eine lange Trennung ist doch problematisch. Das bedeutet doch das Ende einer Beziehung. Wer hätte schon eine Lösung gefunden? Sieht Dr. Duval das auch so? Das kann sie Ihnen am besten selbst sagen. Tja, da haben Sie recht. Würden Sie bitte bestellen, dass sie morgen zu uns kommen möchte, so gegen 10 Uhr. Auf Wiedersehen. Die Duval werden wir uns morgen vornehmen. Du kannst sagen, was du willst, aber irgendwas stimmt mit der nicht. Das habe ich im Gefühl. Hört mal zu, das ist eine Bombe. Vor einem Jahr ist schon mal auf Deal geschossen worden. In Berlin. Die Kollegen hatten dem Mann einer Patientin den Verdacht, die angeblich durch einen Kunstfehler von Professor Deal ums Leben gekommen ist. Ach, sieh mal dann. Das würde erklären, warum uns Deal nichts davon gesagt hat. Ja, ja. Aber der Mann war es nicht. Er hat ein Alibi. Wie heißt denn der Mann? Klambeck. Klambeck, Klambeck. Sag mir im Moment nichts. Vielleicht sagt ja der Mädchenname der Frau was. Ja, dann sag schon. Der Mädchenname ist Anna Stelzer. Stelzer, Stelzer. Wie der Chauffeur von unserem Professor Deal? Genau so. Der Chauffeur ist der Sohn von der Frau. Das hat man aber erst später festgestellt, weil er den Mädchennamen seiner Mutter trägt. Keiner ist auf die Idee gekommen, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Und später hat man da mal nachgefasst? Ja, so nebenbei. Er hat behauptet, er sei als Stuart zur See gefahren, als es passierte. Aha. Prüf das mal nach. Habe ich schon. Als die Schüsse fielen, da war sein Schiff im Dock in Bremen. Scheint so, als wenn Stelzer unser Mann ist. Hör doch mal langsam, langsam. Wie passt denn dann Steling dabei? Damit hat er nichts zu tun. Ich glaube, er hat den Mord nur dazu benutzt, den Verdacht auf den Täter im Krankenhaus zu lenken. Stelzer hatte doch gestern Abend den Schlüsselbund von Professor Deal bei sich. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Also konnte er doch gestern Abend ohne weiteres an den Schrank gegangen sein und die Pistole rausgeholt haben. Und sie, weil der Deal untergeschoben haben. Stelzer war heute früh schon in der Villa. Ich habe mit Professor Deal gesprochen. Übrigens, du, das mit dem Auto stimmt auch nicht, was er gesagt hat. Ganz im Gegenteil. Die Werkstatt ist überzeugt, dass da jemand nachgeholfen hat. Tommy, geh mal zu Stelzer und hol die Sachen, die er gestern Abend angehabt hat. Wenn er geschossen hat, müssen da Schmauchspuren dran sein. Eine graue Jacke und ein hellblaues Hemd und dann hin damit zur KDU. Okay. Komm. Es ist gut, dass Sie gekommen sind. Sie wissen, warum? Ja, ich habe Sie erwartet. Als der Kollege meine Sachen holte, da wusste ich, dass Sie mich kassieren. Herr Stelzer, wir nehmen Sie fest, weil Sie versucht haben, Herrn Professor Deal umzubringen. Einmal mit dem Auto, das zweite Mal mit seiner eigenen Pistole. Ja, ja, ich weiß. Ich gebe es zu Ihnen. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Kommen Sie, Herr Stelzer. Aber eins, eins tut mir verdammt leid. Dass Sie Herrn Professor Deal nicht richtig erwischt haben? Nee, nee. Weil das mein Leben wegen so einem Schwein ruiniert hat. Das war es wirklich nicht wert. Damit du dich nicht langweilst. Danke. Ich bin bald wieder auf dem Damm. Solland kann ich die Klinik auch nicht allein lassen. Deshalb bin ich hier. Das Kuratorium hat heute Morgen getakt. Ja, und? Es wurde noch mal deine Wahl zum Kommissarischen Leiter diskutiert. Was gibt es denn da noch zu diskutieren? Na, du bist gut. Inzwischen ist ja eine Menge passiert. Woran ich keine Schuld habe. Ja, selbstverständlich nicht. Keiner hat dir einen Vorwurf gemacht. Das wäre ja auch noch schöner. Aber wir dürfen uns nicht darüber hinweglügen. Der Tod von Stieling hat ein beachtliches Aufsehen erregt. Gift fürs Krankenhaus. Da muss ich dir doch nicht erst sagen. Ach, das beruhigt sich wieder. Ein paar Tage noch, dann spricht keiner mehr darüber. Ja, ist das Kuratorium anderer Meinung. Aber wie dem auch sei, das Krankenhaus muss unbedingt aus den Negativschlagzeilen. Und dazu muss jeder beitragen. Was heißt das? Bitte, sprich doch ehrlich Fraktur. Was bedeutet das für mich? Das Kuratorium glaubt, dass die notwendige Ruhe am schnellsten wiederhergestellt wird, wenn du zurücktrittst. Als Kandidat für das Amt des Krankenhausdirektors. Überhaupt. Was seid ihr bloß für Heuchler? Opportunisten, wie sie im Buche stehen. Ihr lasst eure Freunde fallen wie eine heiße Kartoffel. Und wenn sie noch so viel für euch getan haben, nur nicht andenken, bloß keine Stellung beziehen, könnte ja der Karriere schaden. Aber keine Angst. Ich mache euch keine Schwierigkeiten. Ich trete zurück. Wohin gehst du? Mein Parteibuch holen! Guten Morgen. Nett, dass Sie gekommen sind. Bitte. Nehmen Sie doch das. Darf ich Ihnen ein Kaffee anlegen? Nein, danke. Ich habe wenig Zeit. Ja, Frau Doktor. Beim Durchlesen unserer Protokolle sind wir auf ein paar Widersprüche gestoßen. Zum Beispiel? Meinem Kollegen gegenüber haben Sie wörtlich erklärt, ich war nie allein im OP. Dr. Westphal aber sagt aus, er sei zwar mit Ihnen im OP gewesen, hätte dann aber den Raum verlassen. Also waren Sie doch allein. Na schön, dann war ich eben allein. An sowas erinnert man sich nicht. Alles, was vor einer Operation zu tun ist, erledigt man automatisch, ohne nachzudenken. Aber erklären Sie mir doch bitte eins. Sie haben Dr. Reimann öfter beim Aufbau seiner Apparatur geholfen. Sie hatten also neben Dr. Reimann als einzige Routine im Umgang mit dem Narkosegerät. Und dennoch haben Sie bei unserem kleinen Versuch die längste Zeit gebraucht. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe zwei linke Hände. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Ich glaube vielmehr, Sie haben absichtlich so lange gebraucht. Sie haben Zeit geschunden, um uns zu überzeugen, dass Sie als Täter nicht in Frage kommen. Aber genau das haben wir vom Täter erwartet. Das ist doch absurd. Finden Sie nicht, dass Ihr Kontingent an Phantastereien sich so langsam erschöpft? Ich finde, diese Phantastereien sind sehr konkret, wie Ihr Motiv. Professor Diehl ist nach diesem Vorfall als Leiter der Klinik so gut wie erledigt. Das bedeutet, dass Dr. Reimann wieder zurückkommen kann. Das möchten Sie doch, oder? Natürlich möchte ich das. Sehen Sie? Ist ja auch so gut wie geschafft. Dr. Reimann, Sie sind dann da. Das ist kein Beweis. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe mit dem Tod von Herrn Stähling nicht das Geringste zu tun. Guten Tag. Warten Sie auf mich? Nein. Oder doch? Herr Reimann, nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Ich will ein Geständnis ablehren. Was wollen Sie denn gestehen? Ich dachte, mit Stähling. Mit Stähling? Aber zu dem Zeitpunkt waren Sie doch in München. Ich wollte ja auch nicht Stähling treffen, das war ein Zufall. An Professor Diele wollte ich mich rächen. Wie haben Sie das gemacht? Ich meine, Frau Dr. Duval hat Sie doch zum Bahnhof gebracht und noch fahren sehen. Nein. Sie war nur bis kurz vor der Abfahrt da. Ich bin auf der anderen Seite aufgestiegen und mit der Taxi ins Karten aufgefahren. Aha. Da haben Sie dann die Schläuche vertauscht. Dann bin ich zum Bahnhof zurück und habe den 23.17 genommen. Klingt ja alles sehr logisch. So war's. Ach, Eggi, du kannst Schluss machen, da ist alles geklärt. Herr Dr. Reimann hat soeben gestanden. Ach. Ja, das klingt doch alles sehr logisch und überzeugend. Er ist aus Rache getan. Ich habe doch gesehen, wie er weggefahren ist. Er ist auf der anderen Seite des Zuges wieder ausgestiegen und unbemerkt ins Krankenhaus zurückgefahren. Ja, das Geständnis ist glaubhaft. Ja. Ich werde ihn jetzt ins UG überführen lassen. Sagen Sie, Frau Dr., könnten Sie ihm nicht ein paar Sachen zusammenpacken und nehmen Sie eine ganz große Tube zusammenpassen. Ach, Herr Doktor, welchen Zug hatten Sie noch mal genommen? Den 23.17. 23.17? Da haben Sie Pech gehabt. Den gibt's nicht mehr. Sie haben das Kursbuch vom letzten Jahr erwischt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber immerhin haben wir jetzt ein Ergebnis. Der Fall Steding ist gelöst. Bitte. Nein. Bitte? Dr. Reimann war's nicht. Tja, aber er hat ein Geständnis abgelegt. Und das tut keiner, wenn's um Leben zwinglich geht. Das ist ihm egal. Er hat's für mich getan, um mir zu helfen. Ich hab die Anschlussstutzen abgeschnitten und die Schlauche vertauscht, damit er zurückkommen kann. Dr. Reimann ist unschuldig. Ich war's. Ich ganz allein. Das müssen Sie mir glauben. Das tue ich. Ich glaube Ihnen.